Das Helis König im Wuppertal ist ein Haus der höchsten Versorgungsstufe und mit etwa 1000 Betten das größte Krankenhaus im Raum Bergisch Land. In 26 Fachabteilungen bieten wir nahezu das gesamte medizinische Leistungsspektrum. An zwei Standorten in Barmen und Elberfeld arbeiten weit über 2000 Mitarbeiter in Medizin, Pflege sowie kaufmännisch-technischen Bereichen und stellen sicher, dass sie rund um die Uhr betreut werden, fachlich kompetent und menschlich.